The Elder Scrolls Online Seid ihr ein Dieb? Was habt ihr gestohlen? War es gefährlich? Schon vor dem Release wurde darüber spekuliert, ob es in The Elder Scrolls Online ein Rechtssystem geben würde. Zum Leidwesen vieler Spieler wurden diese Hoffnung aber zerschlagen und sie stattdessen auf später vertröstet. Mit Patch 1.6, also etwa ein Jahr nach dem offiziellen Release, ist dieses System aber endlich im Spiel und erlaubt es den Spielern ihre diebische Ader voll auszuleben. Doch wenn man nicht aufpasst, landet man schneller in den Händen der Wachen als man denkt und die kennen weiß Gott keine Gnade. Aber alles der Reihe nach. Update 6 hat Recht und Ordnung nach Tamriel gebracht. Ironischerweise kam im selben Atemzug auch das Verbrechen nach Tamriel. Denn vorher war es schlicht nicht möglich einen x-beliebigen NPC umzubringen. Nun aber wurden alle unbescholten Bürger zu Freiwild erklärt und Spieler können sie angreifen und sogar umbringen. Auch wenn dies aus Versehen passiert. Kann ja immer mal passieren, ne? Zündet man nur an der falschen Stelle eine Flächenfähigkeit und trifft einen Bürger, bekommt man direkt die Quittung in Form eines Kopfgeldes. Es kann außerdem passieren, dass ein nahestehender Bürger den Angriff sieht. Wie genau dazu reagiert, ist dabei allerdings unterschiedlich. Er könnte wegrennen. Er könnte aber auch die Waffen rufen. Aber er könnte auch die Selbstinitiative ergreifen und euch attackieren. Dann habt ihr es plötzlich nicht mehr mit einem wütenden Bürger zu tun, sondern gleich mit einem ganzen Mob. Passt also besser auf, wann ihr was macht. Solltet ihr so viel Pech haben und eine Wache treffen, gehen bei euch schnell die Lichter aus. Denn Wachen sind einfach nicht klein zu kriegen. Sie wurden so programmiert. Sie sind nahezu unverwundbar. Allerdings gibt es eine Option, die das versehentliche Angreifen von Bürgern verhindert. Ganz ehrlich? Ich nutze diese Option permanent. Es kann einfach viel zu schnell passieren, dass man eine Fähigkeit nur ein wenig zu nah an einem NPC nutzt und schon hat man ein Kopfgeld auf sich. Ich empfehle daher diese Option zu aktivieren. Wollt ihr aber mehr Immersion oder ein schwereres Spiel, dann könnt ihr dies natürlich auch ignorieren. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Es gibt so die ein oder andere Quest im Spiel, wo man einen NPC töten muss oder ihn in einen Kampf verwickeln muss. Und das findet meist mitten in irgendwelchen Menschengruppen oder zumindest in belebten Dörfern statt. Und da ist es fast unmöglich nicht, irgendwelche unbescholtenen Bürger zu treffen. Die zweite große Änderung betrifft die Habseligkeiten der Bürger. Die haben es wirklich nicht leicht in Tamriel aktuell. Während es vorher Gang und Gäbe war, in jedes Haus einzudringen, um sich dort fröhlich an den Tellern, Tassen, Kommoden und Wandschränken zu bedienen, gerne auch direkt vor den Augen der Besitzer, ist es nun etwas komplizierter geworden. Man kann zwar immer noch hingehen und alles einsammeln, was nicht nid- und nagelfest ist, aber nun dürft ihr euch dabei nicht mehr erwischen lassen. Die Leute haben scheinbar gelernt, dass es nicht in Ordnung ist, wenn andere Leute in ihre Häuser gehen und alles mitnehmen. Nun haben sie ein eigenes Inventar und alles darin, auch wenn es in den Häusern liegt, ist markiert. Guckt ein Spieler einen Gegenstand an, der bereits jemandem gehört, wird ihm angezeigt, wem dieser Gegenstand gehört und dass es nicht in Ordnung ist, ihn mitzunehmen. Aber ein geübten Dieb kann ein kleines Schildchen ja nicht aufhalten, daher könnt ihr immer noch alles nehmen, was ihr wollt. Nur dürft ihr euch, wie schon gesagt, dabei nicht erwischen lassen. Um das besser beurteilen zu können, wurde das Schleichen minimal verbessert. Ich nenne es minimal in Anführungsstrichen, weil die Änderung an sich keine große Sache ist, aber sie gefällt mir trotzdem ziemlich gut. Wenn man jetzt in die Hocke geht, um zu schleichen, erlischt das Auge in der Mitte des Bildschirms langsam. Soweit ist es ja bekannt. Wenn ihr dann komplett unentdeckt seid, verschließt sich nicht mehr nur das Auge, euer Charakter taucht auch in die Schatten ein und wird nun dunkler. Er hält sozusagen einen Bereich, der in Schatten getaucht ist, egal ob da vorher einer war oder nicht. Neben diesem visuellen Indikator gibt es noch einen Signalton, der euch ebenfalls zu verstehen gibt, dass ihr nun unsichtbar seid. Wie gesagt, keine große Änderung, aber eine sehr gute. Wenn ihr nur noch ein schattiges Abbild eurer selbst seid, könnt ihr außerdem Taschendiebstähle durchführen. Dazu müsst ihr nur in einen NPC heranschleichen und ihn genauer betrachten. Bei dem Schleichensymbol, also dem Auge, ist nun auch eine Angabe, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Taschendiebstahl ist. Je nach Fingerfertigkeit und Übung ist dieser Wert entsprechend höher und desto eher könnt ihr ungesehen wieder davon schleichen. Aber selbst wenn ihr ungesehen die Taschen eurer Mitbürger entleert, und die sind eigentlich immer mit irgendetwas gefüllt, oder die Kommoden dieser Welt durchwühlt, seid ihr dann trotzdem noch nicht sicher. Denn wenn ihr nur einmal einen Fehler macht, zum Beispiel von jemandem gesehen werdet oder ein Taschendiebstähle fehlschlägt, erhaltet ihr ein Kopfgeld, das sich mit jeder Tat erhöht. Wenn ihr nicht erwischt werdet, erhaltet ihr auch kein Kopfgeld. Aber lasst euch gesagt sein, kleine Fehler passieren schnell. Und solltet ihr euch einer Wache mit Diebesgut in den Taschen erwischen, seid ihr dran. Denn wie schon eingangs erwähnt, verstehen Wachen bei Diebstahl überhaupt keinen Spaß und werden euch zur Not auch umbringen. Natürlich nicht sofort, so krass sind die Gesetzesüter Tamriels dann doch nicht drauf, aber wenn ihr genügend Kopfgeld angesammelt habt, solltet ihr lieber die Beine in die Hand nehmen. Die Entscheidung, ob ihr wegrennen oder lieber unauffällig weitergehen solltet, erleichtert euch das Spiel. Es gibt auch hierfür einen Indikator, der euren Ruf bei den Wachen anzeigt. Die erste Stufe davon ist Verrufen. Hier habt ihr nichts zu befürchten. Die Wachen werfen vielleicht mal einen schiefen Blick auf euch, aber solange ihr sie nicht gerade direkt ansprecht, passiert gar nichts. Die zweite Stufe ist Berüchtigt. Nun werden euch die Wachen verfolgen und euch stellen. Zur Not rufen sie auch zusätzliche Wachen hinzu. Die dritte und letzte Stufe ist dann, wenn ihr flüchtig seid. Seid ihr auf dieser Stufe, solltet ihr besser nicht in die Nähe von Wachen gehen. Sie werden euch bei Sichtkontakt verfolgen und sogar töten. Dann ist es aus mit dem Behandeln. Während ihr in den unteren Stufen noch euer Kopfgeld abbezahlen und das erbeutete Diebesgut zurückgeben könnt, gibt es für Flüchtlinge kein Erbarmen mehr. Die einzige Chance aus dieser brenzligen Situation wieder rauszukommen, ist das Verharren in der Wildnis, sodass euer Kopfgeld und somit eure Stufe sich über Zeit verringert. Oder ihr sucht die Unterkunft der Diebe und bezahlt dort euer Kopfgeld bei einem Hehler. Außerdem ist er an eurem Diebesgut interessiert und würde euch einen guten Preis dafür zahlen. Es geht also im Endeffekt darum, eine Balance zwischen Menge an Diebesgut und angesammeltem Kopfgeld zu finden. Ist eure Kopfgeldstufe hoch, werdet ihr von den Wachen verfolgt. Aber schafft ihr es dann zu einem Hehler, bekommt ihr eine Menge Gold. Wie weit ihr das treiben wollt, müsst ihr aber schlussendlich selbst entscheiden. Sind halt Erfahrungswerte. Wenn ihr aber eure Berufung im Diebeshandwerk gefunden habt, dann könnt ihr dort auch natürlich drin besser werden. Denn auch für Diebe gibt es eine Skill-Linie, in die ihr Punkte investieren könnt. Falls sie bei euch noch nicht zu sehen ist unter dem Punkt Offene Welt, dann müsst ihr zunächst etwas stehlen. Dann wird auch bei euch diese Linie freigeschaltet. Dieses Feature hätte ich gerne auch schon beim Release gesehen. Und dass es nicht da war, hat dem Spiel sicherlich auch den ein oder anderen Spieler gekostet. Gerade weil es schon ein sehr beliebtes Hobby in Skyrim war. Jetzt aber ist es endlich da und ich muss sagen, es macht wirklich Spaß. Und es ist auch ein netter Nebenverdienst. Eine Sache fehlt mir aber. Wenn es schon Konsequenzen gibt, wo ist dann das Gefängnis? Aktuell ist es so, dass man entweder Gold zahlt oder umgebracht wird, wenn man erwischt wird. Aber dazwischen gibt es nichts. Wie wäre es denn mit einem Gefängnis, in dem man tatsächlich seine Zeit absitzen muss oder aus dem man ausbrechen kann? In Arcoage gefiel mir das zum Beispiel ziemlich gut. Man brach aus dem Gefängnis auf und wurde ein Verbrecher, der von anderen Spielen lang angegriffen werden konnte und der permanent von den Wachen gesucht wurde. Das könnte ich mir auch für Teso gut vorstellen. Aber vielleicht kommt das ja in Zukunft noch. Denn die ursprüngliche Rede war davon, dass es neben dem Diebeshandwerk auch noch eine Art Justiz- oder ich nenn's aber mal Polizei-Feature geben würde, in dem Spieler dann die Rolle der Wachen annehmen konnten und dann halt Jagd auf Spieler machen konnten, die Diebes gut hatten und die dann halt wahrscheinlich dann auch entsprechend für PvP gefleckt werden, sodass man die dann umbringen kann. Und eben diese ganzen coolen Sachen, dass man so diese Räuber- und Gendarme-Feeling in Teso hat. Aber was nicht ist, kann ja wie gesagt noch werden. Und das würde sich definitiv für einen zukünftigen DLC anbieten. Gerne auch für einen kostenlosen, denn im Prinzip ist das ja einfach nur der zweite Teil des Justiz-Systems. Somit kein komplett neues Feature, sondern lediglich die... Vollendung des aktuellen Features. Das ist doch ne gute Begründung dafür, dass es vielleicht kostenlos sein könnte. Aber ansonsten, als DLC für Teso mal ein paar Euro zu zahlen, da gibt's auch Schlimmeres. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es jetzt endlich das Justiz-System im Spiegel und werden in Zukunft wahrscheinlich noch den ein oder anderen Abend in fremden Häusern verbringen. Und damit auch danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.